Wenn ihr das Alte Testament in Hebril schließt, haben die Verse eine tiefe Bedeutung. Ich ermutige euch Hebräisch zu lernen. Denn wenn wir den Gebetssaal umlegen, sind wir unter dem Gebeten von Gott, dass wir unter dem Gebeten sind, dass er sein Herr ist. Und wenn wir unter dem Gebeten sind, gibt es Schutz. Aber auch unter dem Gebeten ist unter dem Gebeten. Ich versuche, dass der Gebeten der Gebeten ist, der Gebeten ist, dass der Gebeten ist, dass der Gebeten ist, mit deinen Familien, in deinen Hohen, in deinen Gebeten. Amen. Amen. Follow me, and I will make you fishers of man.